Demo-Tapes Dann bekommen wir Hartz IV und Riester und wählen wir christliche Leute, dann sind die für die Verdoppelung der Rüstungsausgaben und stationieren gerne mal Truppen im Baltikum. Wir dürfen uns das nicht mehr gefallen lassen und wir müssen einfach für unsere Rechte einstehen, ob am Wahlzettel oder auf der Straße. Es gibt einfach zu viele, die einfach unpolitisch sind und das ist das eigentlich Schlimme an der Sache.